Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zum dieswöchigen Elisha Online Update. Ich habe mir heute in Fabi mal gekrallt, denn den brauche ich heute, um euch alles zeigen zu können. Hallöchen! So. Unsere Haustiere da unten. Ja, die hocken da unten nebeneinander. So, ja, was ist heute neu reingekommen? Heute ist einiges neu reingekommen und zwar könnt ihr jetzt Pferde kaufen im Shop auf eurer Online Range. So wie es aussieht, werden alle eure Pferde hier noch nicht angezeigt, denn ihr seht, meine Weide hier nebenan ist noch leer auf der Online Range. Das scheint also noch nicht dazu gekommen zu sein, aber ihr könntet jetzt auf den Shop gehen und euch hier ein Pferd kaufen. Bis zum Spätsommer wird es auch noch möglich sein, das Ganze zu refunden über die Elisha Online Seite, wo ihr dann die gekauften Sachen zurückgeben könnt quasi und die Carys erstattet bekommt. Wie gesagt, das wird noch bis zum Spätsommer möglich sein. Dann werde ich jetzt hier einmal durch die Schafe durchreiten, denn die bringen ab dieser Woche, bringen sie Carys auch auf eurer Online Range. Vorher war es nur so, dass sie auf der Offline Range Carys gebracht haben. Jetzt lohnt sich das durchaus auch, die Schafe auf eurer Online Range zu ärgern. Und hoffentlich werden sie jetzt nicht sauer auf mich. Oh, ich habe nur einer Schafe. Oh no, ich habe gerade ein 25er Carys Schaf bekommen. Was ihr auch machen könnt, machen wir jetzt auch einmal. Ihr könnt jetzt hier den Hasen ansprechen und das Ballon Minispiel machen. Auch das war vorher nur auf eurer Offline Range möglich. Auch das geht jetzt ebenfalls auf der Online Range. So, reiten wir hier einmal durch, während Fabi immer noch die Schafe ärgert. Ich habe dich eben im Hintergrund rumreiten sehen. Nein, ich habe die Ballons, ich habe die Triple Ballons verfehlt. Muss ich gleich nochmal... Bei mir stehst du... Oh, verdammt, ich bin jetzt im Portal geritten. No! Oh, Moment, ich bin sofort wieder da. Yay! So, die Ballons habe ich damit schon. Ähm... Ah, ich sehe dich da gerade. Hier steht bald Kuri bei dir. Kuri ist gerade reingekommen. So, und wofür ich Fabi brauchte, war um zeigen zu können, dass ich jetzt auch Spieler kicken kann. Wenn ihr jemanden auf eurer Range habt, den ihr nicht drauf haben möchtet, die könnt ihr ja einmal abschließen, aber sollte jemand drauf sein, der nicht drauf kommen sollte, macht ihr hier oben. Da habt ihr alle Spieler, die auf eurer Range sind, angezeigt. Und dann könnt ihr einen Rechtsklick drauf machen. Kuri bietet sich auch als Kick-Opfer an. Ah, hier kann man übrigens auch das Profil sehen, sehe ich gerade. Dann macht ihr einen Rechtsklick drauf. Auf Kick-Out-Player und zack, Fabi ist weg und zack, Kuri ist weg. Wir danken euch beiden für die Unterstützung hier beim Video, denn das konnte ich ja natürlich ohne jemanden hier auf der Range nicht zeigen. Und last but not least, ihr könnt jetzt eure persönlichen Informationen so ein bisschen anpassen, denn ihr könnt ja euer Profil so weit ändern, dass ihr anzeigen könnt, welches Geschlecht ihr seid und welches Alter ihr habt. Nicht hundertprozentig welches Alter, aber so den Altersbereich, sage ich mal. Dafür drückt ihr entweder auf die 8 oder geht hier unten auf System und dann auf die Settings. Hier oben auf Community. Genau, dann seht ihr das hier schon. Ihr könnt hier oben das Alter angeben. Ihr habt hier... So, ich mache jetzt hier den Haken mal raus. Ihr seht hier Don't Show Gender or Age. Da könnt ihr das auswählen, dass euer Geschlecht und euer Alter eben nicht angezeigt werden anderen Spielern. Den müsst ihr rausmachen in Haken, wenn ihr das hier oben ändern und einstellen wollt. Ihr habt da jetzt die Möglichkeit Children, zwölf Jahre oder jünger, Junior High, 13 bis 15 Jahre, High School, 16 bis 18 Jahre oder Adult, 19 oder älter. Ach ja. Ich hier mit meinen 25. Das könnt ihr hier einstellen. Und, oh je, Gender, Gender, Gender. Da bin ich jetzt gerade selber überfragt. Ich hatte eben im Kopf gehabt, dass ich das da auch einstellen kann. So. Gut. Aber, ihr Lieben, das war alles zum dieswöchigen Update. Es ist, wie gesagt, einiges dazugekommen. Jetzt fehlt eben noch, dass ihr eure anderen eigenen Pferde hier auf der Online-Range sehen könnt. Das fällt mir jetzt direkt spontan noch auf. Ihr könnt noch keine Eier ausbrüten. Hier steht noch keine Station, obwohl man die sich ja eigentlich früher auch mal selber kaufen musste. Vielleicht kommt es auch erst mit dem Shop, wenn das hier verfügbar ist. Das weiß ich nicht. Aber, heute ist auf jeden Fall wieder einiges mehr reingekommen, um eure Online-Range mit allen Funktionen spielfertig zu machen. Ja, danke dir nochmal, Fabi, für die Hilfe und auch nochmal an Kuri. Gerne. Und, ähm, ja, in Elishia Online sehen wir uns dann am Dienstag zum Streamen wieder. Also, bis dahin und viel Spaß mit dem Update. Tschüss. Tschüss.